Von der Messehalle der ProLight & Sound direkt in den Vortragssaal des Media Systems Kongress. Wir haben Wolfgang Fess von Klotz Audio Interface Systems vor der Kamera, der soeben zum Thema Kabeltechnologie für Live-Sound gesprochen hat. Herr Fess, bitte fassen Sie Ihren Vortrag noch einmal kurz zusammen. In dem Vortrag wurden die wichtigsten Kriterien erläutert, um die Kabelfindung für bestimmte Anwendungen zu erleichtern und auf die entscheidenden Kriterien für die verschiedenen Anwendungen hinsichtlich des Kabelaufbaus und der Kabeldimensionen hinzuweisen. Können Sie ein anwendungsspezifisches Übertragungssystem näher beschreiben? Wir haben auf unserem Messestand unser Wissen in der Kabeltechnologie in Systemen realisiert, wo wir nicht nur eine Übertragungsart umsetzen in praktische Lösungen für den Anwender. Wir haben zum Beispiel ein Kameraübertragungssystem für mobile Kameras inklusive HD-TV-Signalübertragung und Stromversorgung sowie der Möglichkeit, Tele-Intercom und Fernsteuerung in einem System über ein Systemkabel zu realisieren.